Es hat sich herumgesprochen, dass Sie in Ordnung sind. Ich bin nur das begeistert, zu der Kenntanrichtung aufzubringen, dass ich mit Effa geredet habe. Verlieren wir keine Zeit. Sie können mich im Shuttle über alles informieren. Beginnen wir mit der Rettungsoperation. Ah, ich bleib dabei. Drag und Shawl, die sind eigentlich ein gutes Team. Kann ich vielleicht noch irgendwas? Oh, Angara-Helm für Tech. Das ist perfekt. Kann ich hier vielleicht was? Tech, super. Okay, wie sieht es mit den Waffen aus? Hm, nein, da würde ich die sogar lassen. Oh, Torkin 4. Die ist ziemlich gut. Wobei die Torkin mehr Schaden macht. Moment mal. Leute. Hier, wenn dann hier. Ah, so rum. Ja, jetzt passt es auch besser. Die macht weniger Schaden. Die macht weniger Schaden. Holen wir die Waffen mit. Also, niemand hat je einen dieser Orte von innen gesehen. Wirklich? Niemand, der davon erzählen könnte. Kein Gefangener, der hineingebracht wurde, ist wieder zurückgekehrt. Sie sind die Verschwundenen. Klingt passend. Und was ist mit den Sklaven, die Sie befreit haben? Wir haben schon Arbeitslager der Cat befreit, aber noch nie eine dieser Einrichtungen. Natürlich haben wir es versucht, aber es hat uns viele Kämpfer gekostet. Der Preis war zu hoch. Ich stelle mir gern vor, dass die Cat wichtige Angare von hier in ihren Heimatcluster bringen. Wie bitte? Als Sklaven? Ja, vermutlich. Der Tod ist besser. Jarl, wir dürfen nicht verzweifeln. Wir müssen weiter hoffen. Deshalb kämpfen sie. Deshalb sind wir hier. Deshalb sind wir glücklich, Teil dieser Mission zu sein. Wir sind da. Lasst uns die Sache schnell durchziehen. Der Sturm wird immer schlimmer. Sobald wir durch den Schild sind, gehen sie voran. Wir suchen Moschai Sephar. Und wir sollten alle vorsichtig sein, okay? Aber Pathfinder. Niemand schließt sich dem Widerstand an, um vorsichtig zu sein. Viel Glück. Funken Sie mich an, wenn Sie abholbereit sind. Wissen Sie überhaupt, was genau uns erwartet? Keine Ahnung. Bleiben Sie in der Nähe und erregen Sie keine Aufmerksamkeit, solange es sich vermeiden lässt. Sie werden nicht damit rechnen, dass wir diesen Schild deaktivieren. Das könnte uns einen Vorteil verschaffen. Unseren Informationen zufolge gibt es einen Systemknoten, den wir hacken können. Er ist an einem Interface-Punkt irgendwo in der Nähe. Scalf ist unsere beste Cat-Hackerin. Ja, das bringt nur nichts, wenn ich nicht durch den Schild komme. Angaranisches Schild-Deaktivierungsprogramm ausführen. Verstanden. Ich aktiviere meinen Prozessbeschleuniger. Bitte warten. Bitte warten. Bring mich vor unseren neuen Freunden bitte nicht in Verlegenheit. Ich habe eine kleine Lücke im Schild erzeugt. Ja, es hat funktioniert. Ja, der Anfang ist gemacht, aber das war nur der erste Schild. Wir kriegen Gesellschaft. Die mag ich am liebsten. Sam, wenn wir aufbrechen, will ich alles über diesen Ort wissen. Verstanden, Farbfinder. Okay, gehen wir. Owen, Scalf, mir nach. Okay, gehen wir. Oh, siehst du das auch, Hecht? Ja, unfassbar. Ich kann nicht glauben, dass ich hier bin. Ich wette, das geht diesen Kerl genauso. Weiterhin Druck machen. Owen, links! Was ist los? Können Sie nicht mithalten? Was für ein Spaß! Ein Kroganer, der nicht mithalten kann, das gibt's nicht. Ich habe diese Orte so oft von außen angestellt. Unglaublich, dass wir reingekommen sind. Die Sachen unserer Leute sind hier. Verlassen? Von den Gefangenen. Haben wir Zeit um... Können wir uns einfach umsehen? Das war aufregend. Wie geht's jetzt weiter? Okay, sammeln! Ich fürchte, spätestens jetzt wissen Sie, dass wir hier sind. Sie haben die größte Chance, Moschai Seffa zu finden. Wir greifen frontal an und sorgen für Ablenkung. Das klingt ein bisschen nach Selbstmord. Wir sind zu allem bereit. Das ist der Haupteingang. Wir gehen da lang. Und treten die Vordertür ein. Und viel Glück. Okay. Können Sie genug Unruhe stiften, um die Kette von uns abzulenken? Auf jeden Fall. Ich habe euch schon eine neue Macht. Das Programm, mit dem ich den Schild durchbrochen habe, könnte ihn offenbar auch überladen und diese Einrichtung zerstören. Der Impuls hätte allerdings tödliche Auswirkungen auf die angaranische Physiologie. Das ist nicht ganz real. Ja, unsere Verbündeten zu töten ist ein lausiger Plan. Oh, hier liegen Überreste. Okay. Her damit. Okay. Wow, Sam, was ist das? Ein Dekontaminationsprotokoll. Die Kamera wird sich erst öffnen, wenn es abgeschlossen ist. Wir sind also gefangen. Ich hasse das. Wird vermerkt. Nein, die Versiegelung ist undurchdringlich. Was soll diese Dekontamination? Gute Frage. Wer weiß, vielleicht dienstiger Ihre Gesundheit. Ich tippe auf Keimphobie. Wir sind offenbar in einem Bereich nur für Kat. Noch keine Spur von der Moschrei. Verstanden. Wir beraten gerade über unseren nächsten Schritt. Wir melden uns wieder. Na schön. Schalten wir sie aus, ohne all zu viel Lärm zu verursachen. Nichts lieber als das. Was ist das? Willkommen, ihr Glücklichen. Oha. Das sind Pseudoreebra. Das sieht wie eine Art Ritual aus. Die Angara sind wie in Trance. Ich kenne die Moschrei. Sie ist nicht da unten. Aber vielleicht in einer dieser Kapseln. Sie könnte überall sein. Sie wollten eine Ablenkung? Na dann ändern wir mal den Plan. Das kann nicht sein. Archum. Was willst du? Ein Angriff. Ich verteidige den Tempel. Hata. Ist die Moschrei unter Ihnen? Nein. Es erwartet den endgültigen Aufstieg. Dann erledige das und bring es zu mir. Endgültiger Aufstieg? Wieso endgültig? Was haben Sie vor? Wir müssen die Angara retten. Wir sind wegen der Moschrei hier. Oberste Priorität. Für Sie vielleicht. Mein Schiff. Mein Team. Meine Regeln. Mein Schiff. Was sour.